Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrub Mechanic. Ich befinde mich in der Ladebucht von meinem Space Shuttle und hier gibt es eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir schon wieder so ein bisschen Sorgen bereitet. Seht ihr das hier, wie sich hier dieses Rohr aus der B-Ring rausdrückt und hier auf der anderen Seite genau das gleiche Phänomen. Hier vorne ist alles in Ordnung, hier ist alles gut, hier hinten passiert wieder diese komische Verformung. Warum, frage ich mich, warum? Habe ich hier was mit den Drehungen falsch eingestellt? Ne, kann eigentlich nicht sein. Das sind ja nicht mal verbunden. Ah, das liegt wahrscheinlich daran, das liegt wahrscheinlich genau daran, weil nämlich gerade keine Drehungen und so eingestellt sind. Ich möchte jetzt nämlich mal dafür sorgen, dass wir hier einen vernünftigen Öffnungsmechanismus am Start haben für, ja, für diese, für diese Ladebucht quasi. Dazu gehe ich jetzt mal hier in meine Luftschleuse rein und gehe in das Space Shuttle, also in den Wohnbereich, in den Crew-Bereich quasi, ja. So, Türchen auf. Ah nein, hier oben ist jetzt zu. Verdammt, und es gibt keinen Knopf hier unten, mit dem man die, die Luke oben aufmachen kann. Moment, 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 Moment. Stop, stop, stop. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das machen wir jetzt mit Trick 17. Wir bringen einfach hier unten einen Knopf an, damit ich jetzt nichts löschen muss, ja. Wir bringen einfach da unten einen Knopf an, diese Funktion löschen wir und dann machen wir das so. Haha! Das ist doch mal ein cooler Trick gewesen, oder? Sesam, öffne dich, kann ich da mal sagen. So, jetzt müssen wir erstmal, ah, jetzt müssen wir erstmal, ah, nicht festhängen. So, jetzt möchte ich erstmal diese Luke hier, dass die von beiden Seiten geöffnet werden kann. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Und da brauchen wir natürlich wieder so einen hier. so einen Logikblock. Den machen wir mal hier drunter. Und ich möchte, dass wir das Symbol sehen können, genau. Dieses, äh, leuchtende Symbol. So, Moment, da müssen wir mal gucken. Also ich muss jetzt erstmal, das, so. Das müssen wir verbinden. So, wählen wir das mal ab. So, wenn ich jetzt E drücke, kann ich das ja einstellen. Wie habe ich das denn nochmal bei der, bei den anderen Türen immer gemacht? X, O, R habe ich da gemacht, ne? Ich glaube schon. So, und dann müssen wir den verbinden mit dem Controller, genau. Okay, das passt schon mal. Und wenn ich jetzt hier unten drücke. Alles klar. Es tut, was es tun soll. So, jetzt kriege ich die Tür nämlich schon mal von beiden Seiten auf. Das ist ganz wichtig. Das gleiche, oder etwas ähnliches, möchte ich jetzt machen für die Ladebucht. Ich finde das cool, wie man hier reingucken kann in die Ladebucht. Voll krass, oder? Ich finde das total spannend. So, wir machen mal die Steuerung für die Ladebucht. Die machen wir einfach mal darunter hier, oder? So, da, so. Dahin. Und am besten auch mit einem Knopf. Und am besten auch mit einem XOR. Auch wieder gedreht, sodass man das Symbol sehen kann. Genau. So. Und dann brauchen wir noch einen Knopf außen. Ja, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel als Astronaut, wenn man im Anzug ist, wenn man dann raus geht, dass man das Ganze auch von hier außen öffnen kann. Also sowohl von innen als auch von außen. Und genau, dann verbinden wir doch mal hier diesen Knopf mit dem Controller, mit dem unteren. Den Knopf binden wir auch. Das ist nur witzig, wenn man dann die Knöpfe verwechselt. Man denkt, man will diese Luke hier aufmachen bei der Treppe. Und dabei macht man dann die Ladeluke auf und alles fliegt raus in den Weltraum. Das ist auch witzig. So, dann können wir doch am besten gleich auch mal die Drehungen vergeben. Also die Bearrings connecten und die Prozente einstellen. So. Das dauert einen Moment, weil es sind sehr viele Bearrings. Das ist ja, glaube ich, sogar schon die maximale Menge, oder? Es sind, glaube ich, acht bei der Ladebucht. Und es, glaube man kann, wie viel kann man verbinden? Ne, zehn kann man, glaube ich, verbinden. Da hätte ich noch einen kleinen Puffer. Dann könnte ich tatsächlich noch zwei Bearrings verbinden, noch zusätzlich. Na, vielleicht fällt mir ja dann noch was ein. Vielleicht machen wir noch eine kleine Luftschleuse hier oder so. Mal gucken. Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt erst mal alle Drehungen verbunden. Jetzt muss ich gucken, dass die sich alle auch in die richtige Richtung drehen. Das hier ist zum Beispiel falsch. Das muss ich so rumdrehen. Also so, dass es in die Richtung aufklappt. Dahin. Weg vom Raumschiff. Das ist richtig. Das ist wieder falsch. Das ist richtig. So. Das ist falsch. Das muss ich so rumdrehen. Das ist richtig. Das ist wieder falsch. Nein. Jetzt habe ich die falsche genommen. Die hier. Und das ist wieder richtig. Okay. Und jetzt ist eigentlich nur noch. Jetzt muss ich mal eigentlich nur noch das so einstellen. Oh, Moment mal. Ich habe den Knopf. Den habe ich falsch verbunden. Der muss hier an das Ding muss der ran. Und der hier auch. So, dann gehen wir mal hoch und stellen mal die Prozentwerte ein. Das ist irgendwie cool mit der Luftschleuse, oder? Ich finde das total cool. Das ist voll genial. So. Okay. Also. Nach Knopfdruck. Sollen sich sämtliche Drehungen. Aber vielleicht sollte ich lieber erst mal hier. XOR einstellen. Nach Knopfdruck sollen sich sämtliche Drehungen 90 Grad bewegen. So. 90 Grad überall. Und slow. Slow sollen sie sich bewegen. Ganz smooth. Smooth mit ganz viel Moose. Wunderschön. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir mal einen Test. Geht das jetzt? Ne. Ah ja, stimmt. Kann ja nicht. Moment. Kann ja nicht gehen. Ist ja noch nicht verbunden hier. Der. Logikblock. Aha. Seht nur. Seht nur. Ich habe ein Monster geschaffen. Es hat schon was Spaciges, oder? Oh Gott. Guckt mal. Da hebt sich schon wieder so die... Da hebt sich das schon wieder so. Moment. Muss mal kurz raus. Ich muss was überprüfen an meinem Raumschiff. Das stimmt etwas nicht. Guckt mal hier. Hier drückt es sich so seltsam raus. Warum? Was soll das? Was bedeutet das? Kann das vielleicht einfach nur bedeuten, dass ich außen doch noch vielleicht so eine kleine Stütze anbringen muss? Oder reiben die einfach nur so krass aneinander, die Teile? Hm. Weiß es nicht. Ich meine, ich könnte, ich könnte, um dieses Problem zu beheben, könnte ich hier oben so eine Art Verschlussblock reinmachen. Also ich könnte quasi, wollen wir mal kurz einen normalen Block auswählen, hier quasi rüberziehen. Einen Block. Dann werden die immer zusammengerastet. Blöd ist es dann natürlich nur, wenn sie mal ausrasten. Ja, das ist dann blöd. Und man kann dann auch die Segmente nicht mehr separat öffnen. Aber das kann man ja momentan eh nicht. Dann müsste ich zwei Controller benutzen. Dann könnte man beide Segmente separat öffnen. Die Frage ist, will ich das beide Segmente separat öffnen? Das ist so die Frage. Kann ich das jetzt eigentlich von unten wieder schließen? Ja. Nicht schlecht. Irgendwie cool. Aber warum, warum geht das hier so hoch? Was ist, was stimmt da nicht an der Stelle? Ah, ich glaube, ich weiß, warum das sein könnte. Ich glaube, es liegt daran, dass das hier ein Block ist und kein, kein Rohr. Aber hätte ich das, hätte ich das so gebaut mit, mit so einem Teil, ja, so mit so einem T-Teil an der Stelle, dann wäre das wahrscheinlich, dann würde das anders aussehen. Dann würde es nicht so ausrasten. Wahrscheinlich ist es das. Ich vermute sehr stark, dass es damit zusammenhängt. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich das jetzt weglösche, dann sind die da wieder nicht verbunden. Dann muss ich die wieder neu anschweißen. Und wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das wieder auf, auf dem Lift drauf nehmen. Das Fahrzeug. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt erstmal mit diesem Sperrblock. Ich probiere das jetzt erstmal mit dem Sperrblock. Vielleicht bringt es ja schon was. So, Moment, da müssen wir mal kurz abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Schauen wir mal, wenn wir das jetzt so machen. Wenn wir da jetzt einen Sperrblock reinsetzen. Und jetzt öffne ich das Ganze nochmal. Guckt mal, es sitzt schon ein kleines bisschen besser drin. Das bringt schon was, auf jeden Fall. Guckt mal, es haut nicht mehr ganz so krass ab. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, das ist schon mal eine gute Maßnahme gewesen, würde ich sagen. Für den Anfang auf jeden Fall. Vielleicht mache ich noch irgendwann mal so eine Reparatur. Das mache ich dann aber offscreen, dass ich den Block ersetze durch so einen Block. Momentan funktioniert es ja ganz gut. Das ist eigentlich nur eine ästhetische Sache einfach. Dass es halt ein bisschen komisch aussieht, wenn dieses Rohr sich dann so raushebelt. Irgendwie von selbst. Ja, aber sonst sieht das schon ganz gut aus. Das ist schon ganz cool. Für die Dauer, wenn sich das bewegt, ist natürlich die Performance wieder ein bisschen schwächer. Das hat man schon wieder gemerkt, wie es so leicht in die Knie geht. Ganz leicht. Aber ich sage es mal so, das geht noch. Ich schätze mal, wenn wir jetzt noch mehr bewegliche Flächen hinzufügen würden. Also wenn jetzt hier im Laderaum selber auch noch irgendwie was dazukommen würde. Dann lasse ich auch nochmal separat bewegt an irgendwelchen Beerings. Ich glaube, dann würde es richtig kritisch werden. Dann würde das hier nicht mehr so einfach funktionieren. Dann hätten wir ein mittelschweres Problem auf jeden Fall. So, ihr seht schon, ich werde jetzt hier innen nochmal ein bisschen einfärben. Die ganze Angelegenheit. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und ich habe mir kein Thema überlegt. Oh, 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 oh. Ich habe mir kein Thema überlegt. Also ich kann ja mal kurz schon mal so ein bisschen anteasern, was vielleicht dann als nächstes als Projekt kommt. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich wahrscheinlich den Hangar für das Aliens Dropship machen wollen würde. Das werde ich jetzt erstmal nicht tun. Zum einen, weil das Aliens Dropship Projekt jetzt schon recht lang ging. Zum anderen, weil das, ja, so ein langwieriges Projekt ist. Weil so ein Hangar zu bauen ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Dauert aber ewig lange. Insofern werde ich das jetzt erstmal nicht umsetzen. Ja, das wird jetzt erstmal nicht kommen. Und weil es wahrscheinlich sowieso von der Performance her gar nicht funktionieren wird. Weil sobald da irgendwie das Dropship und das APC gleichzeitig in die Nähe des Hangars kommen. Wenn der Hangar dann auch noch bewegliche Türen hat. Dann wird das Ganze sowieso ein Ruckelfest. Insofern können wir das erstmal knicken. Vielleicht geht das ja irgendwann mal, wenn, wie gesagt, eine bessere Engine am Start ist. Dann können wir das ausprobieren. Was ich, abgesehen vom Space Shuttle, dann jetzt noch umsetzen möchte, das wurde auch jetzt öfters mal angefragt, ist ein Luftschiff. Ja, ein Zeppelin quasi. Und ich hab mir schon so ein bisschen vorgenommen, dass man ja mal die Hindenburg versuchen könnte. Die ja verdammt groß war. Also das ist auch dann wieder so ein bisschen so ein langwieriges Projekt. Ja. Bloß die Hindenburg, die ist ja dann auch gleich direkt danach abgefackelt. Ich weiß nicht, ob ich die Hindenburg mache oder einfach nur so einen kleineren Zeppelin. Mal gucken. Auf jeden Fall kann man das ganz gut umsetzen. Denn man kann ja die Düsen, die zum Auftrieb nötig sind, quasi in diesem großen Ballonteil verstecken. Ja. Da kann man ja quasi ganz viele Düsen unterbringen, die man dann auch nicht sieht von außen. Die hört man dann vielleicht, aber die sieht man nicht. Deswegen ist so ein Zeppelin durchaus machbar. Ja, kann man durchaus umsetzen. Und man braucht auch gar nicht so viele bewegliche Teile dafür. Ja, man braucht eigentlich nur die Kanzel, die ist ja unbewegt, die ist ja fest dran an dem Ballonteil und so. Und vielleicht eine Tür und Höhen- und Seitenleitwerk. Aber das ist ja mehr oder weniger, das ist ja eh, das ist ja eh jetzt nicht so wichtig, sag ich mal. Eine gute Steuerung ist eigentlich viel schwerer zu machen dafür. Aber auch die kann man ja innen drin verstecken in diesem, in diesem Ballonteil. In dem Ballonbereich. So. Jetzt haben wir die Wand schon mal eingefärbt. Das machen wir hier ganz schnell. So. Und mir ist durchaus klar, dass man beim Space Shuttle die Scharniere der Ladefläche nicht gesehen hat. Also beim richtigen Space Shuttle ist das alles nochmal ein bisschen anders konstruiert gewesen. Da ist glaube ich dann dieses Scharnier, das ist quasi alles innen gewesen. Damit, ähm, ja, damit da natürlich nicht so viele Verwirbelungspunkte entstehen. Damit das alles natürlich auch aerodynamisch bleibt. Weil man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, das Space Shuttle ist ja als Gleiter wieder auf die Erde zurück geflogen. Also das hat er ja dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo es dann zurück geflogen ist, hat es ja keine, keine Triebwerkskraft mehr gehabt. Das ist ja dann alles in den Händen der Aerodynamik gewesen. Und deswegen ist es natürlich besonders wichtig gewesen für das Space Shuttle, dass es natürlich möglichst aerodynamisch gebaut ist. Und ja, das ist jetzt hier natürlich nicht so der Fall bei meinem Space Shuttle. Aber ich meine, mein Space Shuttle besteht vorne auch aus abgekanteten Blöcken. Insofern ist das jetzt auch, äh, sowieso ein bisschen ein Thema. Gott sei Dank gibt es in Scrap Mechanic keine Aerodynamik. Das ist ja das, was viele bis heute immer noch nicht verstanden haben. Ich weiß ja noch, wo ich damals den Hubschrauber versucht habe zu bauen und das selber noch nicht wusste. Und nachdem ich dann diese Folgen mit dem Hubschrauber online gestellt habe, hieß es immer wieder, ah, du musst die Rotorblätter anders bauen, so wird niemals ein Hubschrauber abheben. Das Lustige ist, die Leute, die das geschrieben haben, die wissen alle nicht, dass es in Scrap Mechanic scheißegal ist, wie so ein Rotor aussieht, der wird sowieso nicht fliegen. Also das wird sowieso alles nicht abheben, weil es keine Aerodynamik gibt. Aber ich kriege bis heute immer noch Nachrichten auf diese Folgen, wo Leute mir erklären wollen, wie denn so ein Rotor auszusehen hat, damit denn so ein Hubschrauber abzuheben hat. Das ist sehr witzig. Da muss ich immer wieder lachen, wenn ich das lese. Weil das zeigt, dass das Leute sind, die nie einmal richtig Scrap Mechanic gespielt haben. Das ist echt lustig. Es geht wirklich nur mit Düsen. Es geht bis heute nur mit Düsen. Also ein Hubschrauber wird ohne Düsen nicht abheben in Scrap Mechanic. Das ist wirklich so. Und da gab es dann auch Leute, die haben versucht, mir zu erklären, ja, ich habe das in einem Video gesehen, dass das geht, aber das sind dann immer so Videos gewesen, wo die Leute die Düsen einfach nur im Hubschrauber irgendwo versteckt haben. Ja, das ist immer so witzig. Und ja, das ist halt auch immer so eine Sache mit der Vergleichbarkeit zwischen Videos. Also ich kann an der Stelle wirklich sagen, es gibt in Scrap Mechanic definitiv keine aerodynamischen Berechnungen oder so. Das wäre ja noch schöner. Da möchte ich gar nicht wissen, wie schlecht das Spiel laufen würde. Ich meine, es läuft ja jetzt schon schlecht teilweise, wenn es nur Kollisionen abfragen muss, ja. Und Gewicht kalkulieren muss und solche Geschichten. Selbst dann wird es ja unter bestimmten Umständen schon unspielbar teilweise. Da möchte ich nicht wissen, wie das dann noch wäre, wenn jetzt noch Wind und Luftdruck und sowas dazukommen würde. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber vielleicht geht das ja dann irgendwann mal, wenn die neue Engine am Start ist. Man weiß es nicht. Vielleicht kann man ja dann wirklich Hubschrauber bauen, die wirklich ohne Düsen abheben. Das wäre doch mal der Knaller. Ja, ja, die neue Engine. Da bin ich echt mal gespannt. Bin echt mal gespannt drauf, was da noch kommt bei Scrap Mechanic. In letzter Zeit haben sie sich ja auch wieder ein bisschen bedeckt gehalten, was Updates angeht. Also selbst kleinere Updates kamen jetzt gerade erst mal noch nicht. Das lässt zu hoffen, dass das nächste Update, was dann kommt, tatsächlich auch mal ein bisschen ein umfangreicheres Update ist und nicht so ein kleines mit wir fügen jetzt drei neue Teile hinzu oder so. Wobei das ja mit drei neuen Teilen, das sind ja schon die umfangreicheren Updates. Ja, dass man nicht nur so drei neue Teile bekommt, sondern vielleicht auch mal, ja, was Fundamentaleres wieder. Wird langsam mal wieder Zeit, dass mal wieder so ein bisschen so ein wichtigeres Update kommen für das Spiel. So, flup, 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 flup. Treffen müsste man auch können. So, genau. So, jetzt färbe ich noch unten die Wände ein. Leider ist diese Einfarbaktion notwendig, ja. Das muss man leider auch ab und zu mal machen. Denn nur so, wenn die Farbe stimmt, kann man dann auch wieder einen besseren Eindruck von dem Schiff vermitteln. Da denke ich auch immer so ein bisschen an die Thumbnails. Dass in den Thumbnails auch tatsächlich endlich mal dieses Teil als Space Shuttle zu erkennen ist. Weil es ist so witzig, in den ersten paar Thumbnails sieht es einfach überhaupt nicht aus wie ein Space Shuttle. Es sieht mittlerweile auch kaum aus wie ein Space Shuttle. Also, es ist grenzwertig auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr grenzwertig. Hier den farblosen Balken, den müssen wir noch einfärben. So, der lag außerhalb. So, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, ist an der Stelle auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Ups, hier muss ich noch was einfärben. Und dann, ja, mach mal weiter. Dann können wir uns ja so langsam mal die Flügel vornehmen. Und mir fällt gerade auf, für die Flügel muss ich das Schiff, also das Space Shuttle sowieso auf den Lift nehmen. Weil ich ja sonst gar nicht da dran weiter basteln kann. Okay, dann ist an der Stelle jetzt die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!